Hallöchen zusammen, es gibt ein neues Gewinnspiel für euch. Wer hätte das gedacht? Ist ja eine Neuheit auf meinem YouTube-Kanal, aber wieder was, wo ihr eine schöne Silikonform gewinnen könnt. Geht dazu bitte auf die eingeblendete Homepage, bewertet da bitte, kommt hierher zurück und schreibt als Videokommentar bitte, ich habe es getan. So, und jetzt zeige ich euch mal die Silikonform dazu. So, von dem schönen Herz, in der schönen Tiefe, ohne den Sockel, zeige ich euch die Silikonform hier und genau die könnt ihr gewinnen. Wenn ihr also als Videokommentar, ich habe es getan, schreibt und als Hashtag Herz noch unter dem Video, unter eurem Kommentar mit drunter schreibt, dann seid ihr im Gewinnspiel mit drin im Lostopf, kommt in den nächsten Livestream und ihr könnt sie gewinnen. Die Silikonform für dieses Herz, in dieser Tiefe. Ich hoffe, das gefällt euch, weil die hat einen schönen Wert und ihr seht ja, mein Herz hier ist schon lange gegossen, wie schön das immer noch glänzen tut. Und den Sockel dafür, den findet ihr auch übrigens da, wo ihr bewerten tut. Vielen Dank. Vielen Dank.